Das Cover von FIFA 16 wird zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Simulation auch einen Dame zieren. Außerdem geht es um Performance-Probleme in GTA 5, beziehungsweise in GTA Online. Und natürlich dies und weitere Themen innerhalb der News nach dem Intro. Also bleibt dran! Womit könnte man eine News-Folge besser beginnen als mit Musik natürlich? Gut, ich könnte jetzt auch sagen, The Last of Us 2 wurde offiziell angekündigt, aber ja, okay, das ist ein sensibles Thema und momentan weiß man noch nicht so viel darüber. Aber der Soundtrack von The Last of Us wird jetzt in ganz besonderer Form erscheinen und zwar nicht irgendwann, sondern genau heute und zwar in Form von vier Vinylplatten für einen Preis von 75 Dollar. Also wer den Soundtrack geil findet und gerne Vinylplatten mit dem Soundtrack da drauf sein eigen nennen möchte, der sollte da vielleicht mal zuschlagen. Da sind nicht nur die Musikstücke des Hauptspiels The Last of Us drauf, sondern auch von dem Story DLC Left Behind. Und weil ich heute einfach gute Laune habe, noch ein bisschen Hintergrundwissen als Komponist fungierte Gustavo Santaolala. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich habe den Namen auch leider noch nie gehört, aber ich finde den ziemlich cool, den Namen. Der hat nämlich unter anderem die Musik für Brokeback Mountain und Babel, ja, war dafür zuständig und hat mehrere Academy Awards dafür gewonnen. Finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Ja, also wer Fan ist, sollte sich dann vielleicht diese Vinylplatten mal zulegen. Sehen wahrscheinlich auch im Regal sehr geil aus. Reden wir doch nochmal über The Witcher 3. Kann man mal machen, oder? Weil irgendwie gibt es da jede Woche was Neues, weil jede Woche erscheint ja ein neuer Gratis-DLC, so auch in dieser Woche. In der letzten Woche war es ja nicht so, weil in dieser Woche ja Patch 1.07 rausgekommen ist, aber in dieser Woche, Ende dieser Woche, wie man jetzt via Twitter bestätigt hat, kommt auch wieder ein neuer DLC und zwar ist das der 15. und der bringt Finisher-Moves mit. Das heißt, ihr könnt dann Monster und Gegner mit einem besonderen End-Move dann töten. Da gibt es jetzt neue und dann ist das ein bisschen abwechslungsreicher. Und ich muss sagen, ich fand die End-Moves immer sehr geil, dass man dann einfach mal in so einem Kampf sagt, ich bin der Hexer und ich mache jetzt Schluss mit dem Kampf und mit dir auch. Und dann setzt man das Schwert dann einfach in den Körper von dem jeweiligen Gegner und dann war es das halt mit dem Kampf. Finde ich sehr gut, so End-Moves. Wie viele neue Bewegungen es jetzt gibt innerhalb dieses DLCs, das ist noch nicht bekannt. Bisher ist nur bekannt, dass halt dieser DLC Ende dieser Woche kommen soll. Und in der nächsten Woche, also in der letzten Juli-Woche, soll dann auch der letzte, also der 16. Download-Inhalt kommen. Was der bringt, weiß man natürlich auch noch nicht genau, also weiß man eigentlich noch gar nicht. Aber laut eigener Aussage des Entwicklers CD Projekt Red plane man einen denkwürdigen Abgang. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das dann werden könnte. Vielleicht irgendwie ein riesiger Drache, so als Endkampf, ein Ender-Drache oder ich weiß es auch nicht. Also, oder Zombies in The Richer. Nein, lassen wir das, wir gehen zur nächsten News. Frauen haben im Fußball nichts zu suchen. Und nein, bevor ihr euch jetzt aufregt, das ist nicht meine eigene Meinung, sondern ein Zitat. Denn im Vorfeld zu FIFA 16 gab es ja da schon sehr viel Diskussionen, sehr viel Kritik. Denn Electronic Arts hat ja vor einiger Zeit angekündigt, dass in FIFA 16 zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Simulation auch Damenteams Einzug erhalten werden. Dann könnt ihr damit spielen. So, und das hat einigen nicht gepasst. Viele haben gesagt, hey, bevor ihr neue Features einbaut, solltet ihr das Spiel erstmal fertig entwickeln. Und manche haben auch gesagt, Frauen passen einfach nicht da rein, beziehungsweise Frauen und Fußball, das funktioniert nicht. Beziehungsweise Frauen spielen einfach nicht auf dem hohen Niveau der Männer und dürfen dann nicht in so eine Fußball-Simulation rein und viel Schwachsinn auf jeden Fall. Ich habe ja schon innerhalb einer News gesagt, meine Meinung gesagt, dass ich das Ganze gar nicht schlecht finde. Und jetzt gibt es noch eine weitere News, die den Frauen auch entgegenkommt. Natürlich auch Marketing-Technik vielleicht nicht ganz dumm ist, aber ich finde es nicht schlecht. Und zwar hat Electronic Arts gestern bekannt gegeben, dass auf dem Cover von FIFA 16 auch Frauen, beziehungsweise auch jeweils eine Dame abgebildet sein wird. Auf dem amerikanischen Cover ist es Alex Morgan, denn die USA hat ja bei der WM in Kanada gewonnen. Und Alex Morgan ist ein gefeierter Superstar in den USA. Wahrscheinlich sind die Frauen oder ist die Frauen-Nationalmannschaft in den USA sogar noch bekannter als die Männer-Nationalmannschaft. Denn ihr wisst, Fußball ist in den USA jetzt nicht so, ja schon beliebt, aber jetzt nicht so bekannt wie zum Beispiel andere Sportarten, Baseball, Football und so weiter und so fort. In Kanada, die immerhin bei der WM im eigenen Lande ins Viertelfinale vorgedrungen sind, wird Kapitän Christine Sinclair auf dem Cover sein. Und in Down Under, also in Australien, Steph Catley, die hat dort die Wahl gewonnen und wird neben Lionel Messi und einem weiteren männlichen Spieler, der allerdings noch nicht bekannt ist, auf dem Cover abgebildet sein. Überhaupt, Lionel Messi wird natürlich auf jedem Cover zu sehen sein. Der ist immer auf jedem Cover zu sehen, keine Ahnung warum, aber okay, ist halt so. Was meint ihr, Frauen auf dem Cover von FIFA 16, ist das jetzt schlimm oder ist es mal eine coole Sache, ist es mal ein Schritt nach vorne, ein Schritt in Zukunft, haut gerne mal unterhalb des Videos in die Kommentare. Und wir gehen zur letzten News. Mods in GTA 5 werden nicht so gerne gesehen. Rockstar Games stellt sich da immer so ein bisschen quer und sagt selber, offiziell wird das Ganze sowieso nicht unterstützt und wir sind nicht wirklich dagegen, aber irgendwie schon dagegen. Und ihr wisst, das ist alles so ein bisschen diskussionswürdig. Jetzt ist es allerdings so, nach dem zweiten Teil des Illgotten Games Updates gab es nicht nur neue Inhalte wie neue Fahrzeuge und neue Waffen, sondern auch Performance Probleme, wo sich einige Spieler drüber aufgeregt haben. Was heißt einige Spieler? Eigentlich haben sich alle drüber aufgeregt, denn das Spiel war teilweise nicht mal mehr spielbar. Und es heißt wohl, dass die schlechte Performance das Ergebnis von Anti-Modding-Maßnahmen sei, die eingeführt worden sind, um gegen Mods und Hacks vorzugehen. Was ja auf der einen Seite gut ist. Das Problem ist, dass das Scripting-System verlangsamt wird und das Spiel in der unmodifizierten Version aber dieses Scripting-System auch nutzt und deswegen einfach langsamer wird. Eine richtige Stellungnahme gab es von Rockstar Games dazu nicht. Sie haben lediglich gesagt, okay, wir kümmern uns drum und wir schauen mal, dass wir das Ganze hinbekommen. Haben sie jetzt mittlerweile auch wieder einigermaßen hinbekommen, denn gestern ist ein Patch veröffentlicht worden, der ist rund 91 MB groß, also nicht wirklich sehr groß, sondern 91 MB klein, sagen wir jetzt mal. Aber der führt wohl dazu, dass das Spiel wieder ganz gut läuft. Auf jeden Fall, dass es spielbar ist, dass es wieder einigermaßen gut läuft. Es gab auf jeden Fall einige positive Rückmeldungen seitens der Spieler. Das Problem ist, dass die Framerate immer noch deutlich niedriger ist als vorher. Ja, was meint ihr dazu? Ist das so schlimm, wenn man ein paar Mods im Story-Mode benutzt? Ich meine, in GTA Online kann ich das verstehen, dass man das da nicht machen sollte und dass man dann da Ärger bekommt. Aber in GTA, im Singleplayer, warum soll man das nicht machen? Das war eine neue News-Ausgabe von mir mit euch und mit ganz vielen interessanten News. Wenn ihr irgendwie gerne mitdiskutieren wollt, dann gerne einen Kommentar hinterlassen oder wenn ihr irgendwie konstruktive Kritik habt, dann auch gerne einen Kommentar unterhalb des Videos in die Kommentare posten. Und wenn ihr dieses Format, also die News, unterstützen wollt, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, dann vielleicht einen Daumen nach unten, würde ich mich weniger freuen. Aber ja, ihr wisst schon, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe der News. Bis dann, ciao!